Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder mit dem Wulfenstein, dem New Order und ja, wir sind immer noch in der gleichen blöden Situation, nämlich wir müssen hier raus. Ja, und der Kollege da, der kriegt gleich einen Zahnstocher zwischendritten, hier mit diesem Gestänge, das haben wir schon mal gemacht. Da müssen wir da die Öfen auskriegen, sind das Öfen? Ja, irgendwas ähnliches zumindest. Dafür stehe ich dann wohl besser auf den Tisch rauf. So, jetzt aber einmal hier Maustaste 3. Ach, kaputt, was dich kaputt machen will. So, den haben wir weg. Ja, das versuchen wir jetzt nochmal. So, das klappt schon mal gut. Ist hilfreich, wenn man dabei auf dem Tisch steht. Habe ich festgestellt in der letzten Folge. Zack. Haben wir alle? Das war einfacher als ich dachte. Fenster öffnen. Okay. Okay, wird gemacht. Wir schliessen mal. So, einmal diesen hier. Und jetzt die beiden Dinger hier. Zusammen. Und wir haben es zusammen. Ja, kommen wir. Soll ich zuerst oder gehst du? Ich glaube, ich. Oha. 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 Da gibt es noch ein... Aua. Da gibt es noch einen Freiflug extra hinterher. Ja, das ist nicht gut. Hm. Bethesda Softworks. Wow. Das war erst der Anfang. Okay, das... Oh, das verspricht dir einiges. Also für den Anfang war das schon mal relativ krass. Sehr gut. Freue mich drauf. Dann lasst uns mal gucken. Hier den Vorspann ein bisschen geniessen. Wulfenstein, the new order. Wow. Wow. Komm her. Steig dir nicht jemand. Komm her. Steig. Steig. Lechter Herzen auf. Mein Herr Fleck. Sie geben die Sachen aus. Wir müssen die Wärmen. Und ich gehe jetzt in die Kröcken aus. Wie lange jetzt schon? Neun Wochen? Ja. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Nein. Seit neun Wochen hat sich niemand nach ihm erfunden. Ich kann den Sprechner nicht entfernen. Das würde nur alles verstehen, Mann. Ja, doch nicht. Wenn das so ist, muss er in die Nerven führen. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Da dringt es aus wie Rührei. Ja, doch, doch. Wie Rührei. Wie Rührei. Rainer ist ja reizend. Ich habe schon so lange auf sie gewartet. Er ist aufgewacht. Woher weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben Sie verstanden? Was soll das heißen? Sie stehen unter meinen Augen. Sie sind nichts weiter als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden müssen. Das sind meine Patienten, Herr. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind verantwortlich. Sie brauchen Hilfe. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie. Es wird schon alles gut. Halb ist es vorbei. Ich schütze sie ins Fenster. Das Licht. Das Licht. Ja, manchmal hilft das Licht in den dunkelsten Momenten. Nein, in der Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, dein Nervenarzt. Ihre Mutter. So eine Art Frau Matz-Holten. Der Laden gehört wohl Ihnen. Manchmal ist Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab. Wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heisst Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Werte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Ja, da sind wir in der Nervenklinik gelandet. Okay. Wir schliessen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Keine Moment. Na, lass mich aufstehen. Boah. Hm. Na, jetzt aber fester. Oh. Ja, ho. Relativ krass, aber verdient hätte das eigentlich fast noch ein bisschen brutaler. Anja, wo wollen die sie bringen? Beine weich wie Wackelpudding. Finger fühlen sich taub an. Die im unter aller Kopf schmerzen. Neue Waffe, Pistole 1960. Okay, sollen wir hier erstmal gucken, ob wir noch was machen können? Oder läuft uns die Zeit davon? Niemand sollte auf diese Weise sterben. Leer. Aha, das ist aber eine coole Pistole. Okay. Oh. Ja, jetzt verschwimmt die Sicht. Das ist natürlich nicht wirklich ideal. War das schon alles mit der Knarre? Boah, wir können ein Gewehr nehmen. Okay, das ist dann doch noch besser. Wo haben wir das Gewehr? Ne. Da ist es doch. Jetzt habe ich wieder das Messer. Nein. Die Pistole ohne Munition. Okay. Schlägt Alarm. Neun Meter. Das war der da. Der schlägt nichts mehr. Außer ein Rad. Das kann er gut. So, Munition. Sehr schön. Im Gegensatz zu dem, was wir hier sonst so zu sehen kriegen, ist das schön. Aha. Okay, da ist noch einer. Und noch einer da hinten. So, jetzt hat es geklappt. Ja. Abschaum. Anders kann man solche Leute eigentlich nicht bezahlen. Wobei Abschaum eigentlich ein blödes Wort ist. Das wird meistens ja eingesetzt für, ja, für irgendwelche, wie soll ich das jetzt sagen, für Leute, die es irgendwo gar nicht verdient haben. Das kommt meistens von irgendwelchen Leuten, die eigentlich selber Abschaum sind. So, das ist so meine Erfahrung. Und deswegen ist das hier eigentlich nicht Abschaum, sondern einfach, ja, das hinterletzte an Mensch, was es gibt. Anders kann man es nicht sagen. So, jetzt wo lang? Mal gucken. Gelootet haben wir soweit. Aha, hier sind alle Türen zu. Hier kommen wir auch nicht lang. Da auch nicht. Hier kommen wir nicht runter. Überall liegen sie. Heiliges Päßchen. Da hinten ist noch was, was wir mitnehmen können. Eine Knarre. Patronen. Und noch eine Wumme. Doppelläufige Schrotflinte. Das klingt ja nett. Ich würde sagen, wir gehen erst mal rauf. Ne, gehen wir doch nicht. Da ist es verrammelt. Dann gehen wir mal runter. Jetzt hat es gerade gespeichert. Höre ich hier ein Bällen. Wieder diese mechanischen Kläffer. So, kurz nachladen. Wo ist er denn? Da ist er doch. Oh, jetzt hänge ich irgendwie fest. Moment. Erstmal wieder befreien. Da können wir eigentlich die Knarre noch holen. Ja, da kannst du lange in Deckung gehen. So. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, der lebt noch. Okay, du brauchst auch keine Munition mehr. Das ist überschätzt. Munition haben, wenn man eh gerade am Abnippeln ist. So, wie man es verdient hat. Noch eine Knarre. Sehr schön. Da müsste man mal gucken, was wir jetzt alles haben an Waffen. Haben wir denn die Zeit? Aha, doppelläufig. Eine Schrotflinte. Irgendwo höre ich es klirren. Die Pistole. Und das Messer. Okay, ich möchte. Nein. Nein, wo ist denn jetzt das Maschinengewehr? Habe ich das abgelegt? Weil ich jetzt hier geguckt habe. Moment. Hm, ist ja interessant. Ne, ja, nehmen wir halt die Pistole. Ich glaube, hier haben wir es aber. Dann gehen wir mal einen Stock höher, wenn es funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Die haben es hier. Oh, da ist noch einer. Die haben es hier nicht so mit mit rauf gehen. Sollen wir hier lang? Das ist der Ausgang. Motorfloss. Von wo aus öffnet man das? Das frage ich mich auch gerade. Na, das war ja einmal links vorbei, einmal rechts. Wow, okay. Die Pumpgun, die pumpt sozusagen. Würde ich glatt gern nochmal versuchen. So, aber erst mal Tür auf. Ja, den hast du gerade zu spüren bekommen, den Verrückten mit der Pumpgun. Oh, okay. Jetzt müssen wir hier doch ein bisschen in Deckung gehen. Noch mehr von der Brut. So, ich glaube, einer ist noch. Ne, der ist auch noch. Jetzt nicht mehr. Ah, daneben. So, eigentlich habe ich daneben geschossen, wenn man ehrlich ist. Äh, aber. Okay, jetzt habe ich tatsächlich daneben geschossen. Ah, Knarre zu Ende. Okay, dann machen wir es mit der hier. Ist eben kein Kimme und Korn. Das gefällt mir nicht so. Ich habe schon mal erwähnt, ich bin völliger Kimme und Kornfreak, der immer Immersion zuliebe. Eigentlich. Fühlt sich besser an, finde ich. So, wir looten die mal leer. Du auch noch was? Nö. Aber der hört noch was. Der leider nicht. Können wir jetzt mal in die Höhe oder? Ich glaube eben, die haben irgendwas. Ne, hier kommen wir ja runter. Da liegt der andere. Das Tor haben wir eigentlich aufgemacht da hinten. Oder die Tür. Dann müssen wir doch eigentlich rauskommen. Ich muss nur die Tür wieder finden. Das wäre hier hinten. Ne, hier haben wir aufgemacht. Mal gucken, wie kommt man denn hier raus? Aha, jetzt ist hier offen. Alles klar. Da wird wahrscheinlich eh gleich nochmal eine Ladung Leute kommen. Wir machen mal auf. Jo, okay. Alles klar. Ähm. Vielleicht mal eher ein bisschen mit Deckung versuchen. Das wäre ein guter Moment, um dich zu erledigen. Wenn du nachladen musst. Ich sehe so nichts. Oh, Granade. So, wieder in Deckung. Vielleicht gehe ich auch ein bisschen zu viel in Deckung. Ich weiss gar nicht. Das ist ja kein Deckungsshooter. Ich brauche eine andere Wumme. Irgendwas mit Kim und Korn. Pumpgun? Auf die Distanz? Das kann es eigentlich nicht sein. Ah, ich habe sowieso keine Munition. Saß der? Das ist ja despektierlich. Sich hinsetzen während dem Ballern. So, ist Ruhe. Oh, da kommt ein Panzer. Arrg. Ähm. So, das Ding hätten wir. Kommt da noch was? Ich gehe mal da hin. Ich glaube, das... Oh, da kommt wieder Feind. Ich muss da noch irgendwie eine Knarre haben. Los geht mir irgendwas mit Munition. Huch. So, liebe Leute. Da bin ich wieder. Mir ist das Spiel abgestürzt. Aber jetzt habe ich mich wieder hier hingespielt. Und ja, jetzt stehen wir hier vor dem Panzer. Oh, ja, genau. Vor dem Ding, das vorhin gerade noch so eine Art Drohne... Ja, so eine Art Drohne ist gut. Eine Drohne halt rausgeschickt hat. Und das passiert jetzt gerade wieder. Kann ich hier irgendwie rein? Oh. Nein, keine Muni mehr. Nein, nein, nein. Ich brauche Munition. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Leichensack. Okay. Ja, doof. Irgendwie, wir haben... Tatsächlich einen Munitionsmangel die ganze Zeit. Äh... Dabei habe ich doch überall... Zumindest da, wo es ging... ...noch Munition mitgenommen. Ja, gut. Äh... Mal nochmal durchgucken. So, als Fernwaffe ist das halt schon am besten geeignet. Oder sollen wir... Ne, die Pumpgun bringt nichts. Oh, jetzt nochmal hier die ganze Masse. Mal gucken, was wir hier gleich von Anfang an mitnehmen können. Und dann gehen wir... So, wenn man hier die richtige Taste erwischen würde... Rauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau so wir gehen mal räubern bevor der Panzer kommt mit seinen Drohnen und der Panzer selber schiesst ja auch noch haben wir gesehen, oh hier hat es noch ein Schild das ist fast ein bisschen wie so ein Bosskampf gemacht das Ganze oh da ist noch einer so kommt jetzt der Panzer geht nicht, okay ich dachte man könnte vielleicht die Reifen zerschießen geht leider nicht, wo ist die Drohne da oben ah schade, ich dachte ich könnte die vielleicht auch noch mitnehmen Limit erreicht, schöner Käse wo ist die nächste ach da kommen erstmal noch Leute damit treffe ich überhaupt nichts versuchen wir es nochmal mit dem scheint schon ein bisschen besser zu gehen das sind gleich zwei so da ist noch eine warte schon zappelige Dinger und dann explodieren sie auch noch so mal gucken können wir hier vielleicht rein das wäre schon auch schön hier ist doch irgendwie eine Luke offen da muss man doch reinkommen ich komme nicht mal auf den Brunnen rauf okay dann müssen wir das wohl vergessen wo geht es raus hier nicht ah da ist eigentlich eine Markierung ah damit kommen wir raus okay ein Ort abhauen jetzt habe ich ihm das Wort abgeschnitten sorry so wie Untertitelung des ZDF, 2020 Und tschüss! Ey, tut mir leid, mein Freund, es ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Einfach weg von hier. Verständlich. 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 Nein! Nein! Da war noch eine kleine Überraschung im Kofferraum. Hm. Überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben... kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Boom! Ach, Atombomben. Sie haben vor zwölf Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein! Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Im Dienst von General Strasse persönlich. Du bist bald... Weißt du, was dir gleich droht? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Nee. Ich werde ihnen, der Schwester und ihrer Familie, gegenüber milde walten lassen, wenn sie mich gehen lassen. Klar doch. Sie haben ein Wort. Ja, steh auf und geh. Versuch's doch mal. Guck mal, was wir hier Schönes haben. Ja, jetzt, wir haben hier eine kleine Einweisung bekommen. Beziehungsweise Information, wie es um die Welt steht. Oh, was wir hier alles Schönes nehmen können. Es steht nicht gut um die Welt. Die USA haben kapituliert. Gibt's nicht mehr in dem Sinne. Und hier, diese Vögel sind an der Macht. Da können wir nur dagegen kämpfen. Alles andere wäre, ja, Selbstmord und idiotisch. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Was wir mit dem Kerlchen hier machen, das schauen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Zusehen. Bitte, schön bis dann! condeliert next handle. Tschüss. AfD